Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie das Untergestelle Ihres Pizzaofens aufbauen können. Die obere und untere Platte können Sie an den seitlichen Löchern erkennen. Die untere Platte hat zwei Löcher und die obere nur eines. Befestigen Sie zuerst die Beine an der unteren Platte. Ziehen Sie die Schrauben hier nur handfest. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Legen Sie dann die obere Platte auf die Beine und schrauben Sie diese fest. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ziehen Sie jetzt alle Schrauben fest. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Legen Sie das Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Legen Sie das Untergestell nun auf die Seite und befestigen Sie die Füße. Legen Sie das Untertitelung des ZDF für funk, 2017 dicen die Füße. Entfernen Sie die Füße,혀finen Sie die Schrauben des ZDF für funk, 2017 und Ihre Bausche,feußeile支 leite zu registrieren Sie die Füße und entscheid swells. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020